Musik Hey Leute, heute mal ohne Facecam ein Yu-Gi-Oh! Booster Opening und zwar Genesis Impact. Das neueste Set, das wir haben in Yu-Gi-Oh! mit neuen Collector Rare Karten. Hatten wir letztens zum Beispiel in Toon Chaos auch darin, davon habe ich auch Booster geöffnet, könnte ich gerne angucken. Vielleicht ziehen wir heute eine geile Collector Rare aus sieben Booster Packs mal wieder, so wie letztes Mal. Warum? Kein Display Rabbit. Ganz einfach, es lohnt sich nicht. Du wirst dir sehr schwer tun, wie soll ich sagen, das Display mit den Karten darin zu bezahlen. Ergo, es macht mehr Sinn, die einzelnen Karten zu kaufen, als ein komplettes Display. Natürlich gibt es teure Collector Rare Karten, trotz dessen Leute, es lohnt sich einfach nicht. Es lohnt sich einfach nicht. Ich glaube es gibt nur 5 Collector Rares oder so oder 4, die überhaupt so viel wert sind, wie ein Yu-Gi-Oh! Genesis Impact Display. Deshalb Leute, wenn ihr die Collector Rares haben wollt oder irgendwelche Ultra Rares davon, Super Rares, Rares, dann holt euch die Karten einzeln auf zum Beispiel Card Market, wo ich diese Booster bestellt habe. Bei dem ich übrigens nicht mehr bestellen werde bei einem einen Typen, denn das ganze Set ist vor sieben Tagen circa erschienen, vor einer Woche und ich habe die Booster erst heute bekommen. Ich hoffe, wir haben dafür eine kleine Entschädigung in den Booster Packs. Wir haben hier sieben Karten pro Pack und wir haben wieder Rares garantiert, glaube ich. Wir haben Driton, Astremius, oh Gott, diese Namen schon wieder, ne? Wunderschöne Zauberkarte auf jeden Fall, geht schon mal gut los. Garantierte Rares hatten wir jetzt schon leider ein bisschen sehr oft in den ganzen Sets. Uh, Nummer 96, finsterer Nebel. Okay, immerhin, sehr schöne Karten, sehr schöne Karten, nehme ich. Graveur, was? Graveur des Malz, Design-Namen. Aber schöne Karten. Erinnert mich ein bisschen an Van Helsing oder so. Dritronzetta, leckt mich. Die Live-Zwillings-Kanal, lol. Was ist das? Das erinnert mich ein bisschen an einen YouTube-Kanal, lol. Okay, was? Es gibt einen YouTube-Kanal drin? Okay, coole Zauberkarte. Da haben wir noch Weltvermächtnis, Weltlanze. Die Rares gibt es übrigens nur eine, die ein bisschen was wert ist, die wiederum auch in Collector Rare erhältlich ist. Ähm, die kostet 20 Cent, circa. Die alle anderen Rares hier, weil man sie halt in jedem Booster zieht, sind leider nichts wert. Und wir haben, uh, Dritron Fafnir. Das war jetzt aber, glaube ich, nicht die teuerste Super Rare. Nee, war es nicht. Leider auch keine gute Super Rare vom Preis her gesehen. Vom Sammler-Aspekt sehr schön. Kommt auf jeden Fall in meinen Ordner. Aber vom Preis her gesehen leider no, no, no. Aber hey, wir haben eine Super Rare gezogen. Ich weiß nicht, ob eine Super Rare garantiert ist. Wahrscheinlich aber ja. Wenn man nur sieben Karten pro Booster hat, ne, und, ähm, die sechs davon eine Rare sind, denke ich mal, dass eine Super Rare garantiert ist. Ich bin auch gespannt, ob wir was ziehen können überhaupt. Weil es gibt schon Möglichkeiten, zu sagen, dass in diesem Boost dann keine Collector Rares ist oder Secret Rare und so weiter. Will ich jetzt aber nicht darauf eingehen, denn es soll ja niemand nachmachen zu Hause, ne. Bescheißen wollen wir überhaupt nicht. Geboren aus Draconis. Das ist mal ein geiles Sternbild. Ich bin auch im chinesischen Sternzeichen, oder im asiatischen, äh, Drache. Evil-Zwillings-Anforderung. Und die Evil-Zwillings-Anforderung mag ich. Beschworener Megalansia, die Name. War auch cool. Nochmal Evil-Zwillinge. Sehr viele Evil-Zwillinge. Uh, das ist ein geiler Drache. Was? Beschworener Kokytus. Oh Gott. Aber das ist ein geiler Drache. Uh. Die Rare gönnen wir uns natürlich. Sehr schön. Dann haben wir Drithor und Delta. Und, uh, ja. Super Rare ist garantiert. Wir haben hier, was? Oh Gott. Yaram Magistus Göttlichkeitstrache. Lol. Aber das ist der von Booster Artwork. Lol. Hey. Wir haben die Karte von Booster Artwork gezogen. Sehr schön. Sowas freut mich immer sehr. Und es ist ein richtig, richtig geiler Drache wieder. Da freue ich mich in meiner Yu-Gi-Oh! Drachensammlung. Natürlich über solche Karten. Natürlich, nach dem Video kommen alle in eine Perfect Size Sleeve von mir. Extra 4 Yu-Gi-Oh! Karten. Müsst ihr aufpassen. Die Yu-Gi-Oh! Karten sind nämlich kleiner als Pokémon und so weiter. Das heißt, ihr braucht die Small Perfect Size Sleeves und die Small Standard Sleeves. Dann passt die rein. Sehr schöne Drache für meine Sammlung. Ich würde sagen, wir machen weiter mit so einem Evil-Zwillinge-Booster-Pack. Ich bin echt gespannt, ob wir was rausziehen aus den Random Packs. Wie gesagt, theoretisch lohnt es sich nicht. Booster-Packs zu eröffnen von diesem Set. Aber es macht einfach zu viel Spaß. Unter Vollständigkeit halber, auch gerne öffne ich die mal auf meinem Kanal hier. Uh! Evil-Zwillinge. Gigi Easy. Oh man, ich mag die irgendwie. Gigi Easy. Uh! Magistus der Meisterung. Auch ein sehr schöner Magier. Ein Hexer. Sicherungssekretärin. Oh Gott, was ist ein Name? Was ist ein Name? Aber okay. Mit die Ohrschauer. Buch des Gesetzes. Und dahinter haben wir... Uh! Ne Ultra-Rare. Ne Ultra-Rare. Ich würde also nicht beschissen. Immerhin mal von den Booster-Packs. Ne Ultra-Rare. Drüthron Metenius. Oh Gott, diese Namen. Auf jeden Fall eine Maschine. Und ein sehr schöner, schöner... Bisschen Drachen-mäßig, ne? Guck mal. Den gibt es auch als Collector-Rare. Den kann man auch als Collector-Rare rausziehen. Wäre natürlich noch schöner. Wir haben jetzt hier die ganz normale Ultra-Rare. Ist der was wert? Ist der was wert? Wenn ich ihn finden würde. Ich sage es euch. Immer die Card-Market-Preise. Joa! Ist ein solider Pull, würde ich mal sagen. So um die circa 5 Euro nehme ich. Nehme ich sehr, 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 sehr gerne. Da beschwere ich mich jetzt nicht über diese Ultra-Rare. 5 Euro, immerhin schon mal rausgezogen. Sehr, 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 sehr schön. Also, wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Booster-Pack kauft, ne? Und ihr habt so eine schöne Ultra-Rare darin. Die auch was wert ist. Dann ist es natürlich gut, ne? Aber die Chance ist halt sehr gering, teure Karten rauszuziehen. Also, wie gesagt, wenn ihr Karten schön findet von Genesis Impact, kauft sie euch einzeln. Deswegen auch, wie gesagt, kein Display-Opening heute und weil ich es auch viel spannender finde, wenn man halt so einzelne Booster öffnet, weil man halt nie weiß, was rauskommt, ne? Im Display weißt du, yo, du hast Secret-Rares garantiert, Super-Rares, bla, bla, bla. Oh, hat mir schon aufgezogen. Die Regression. Oh, das ist die teuerste Rare-Karte. Altraum Ritter Einhorn. Habt ihr sicher auch am Thumbnail gesehen? Das ist die teuerste Rare. Circa 25 Cent auf Deutsch. Und die gibt es auch als Collector-Rare. Das ist die teuerste Collector-Rare, wenn man sie zieht. Das Einhorn ist einfach die stärkste Rare-Karte und die beste Rare-Karte, die man auf jeden Fall ziehen will. Solida Pool nehmen wir sehr gerne. Beste Rare. Der Sternzieher ist auf jeden Fall wenigstens knuffig. Magistus Vitra. Und, nein, noch nicht zu Ende. Herold. Oh, noch eine Ultra-Rare. LOL. Evil-Zwillinge Key-Sikil. Key-Sikil. Oh, ist das eine schöne Ultra-Rare. Wow. Wow. Nehm ich. Nehm ich. Die gibt es auch als Collector-Rare. Wenn ich das richtig sehe. Ja, gibt es auch als Collector-Rare. Leider nicht gezogen als Collector-Rare. Uh, wir haben noch einen soliden Pool. Kostet derzeit auf Card-Market um die 6 Euro. Uh. LOL. Sind wir schon 6 Euro gezogen? 5 Euro gezogen circa? Es läuft. 11 Euro schon mindestens rausgezogen. Sehr schön. Also, wie gesagt, ihr könnt schon Glück haben mit einzelnen Booster-Packs. Aber ich bezweifle es, dass sich ein Display bei irgendjemandem sehr lohnen wird. Oh, mein Gott. Solider Ultra-Rare-Pool. Und könnt euch gerne durchlesen, warum die Karte teuer ist, die Effekte und so weiter. Und sie ist auch echt schön. Muss man sagen. Oh, läuft. Ey, 2 Ultra-Rares schon. 3 Packs haben wir noch. Hä? Also, es warten, glaube ich, auf diese Booster-Packs aus Deutschland. Ja, ich brauche in Österreich. Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Albtraum-Ritter-Greif. Oh, ich mag diese Albtraum-Ritter. Der Regression nochmal. Die Welt-Landsee hatten wir auch schon. Uh, Cyber-Engel. Cyber-Engel. Äh, moin. Herold der Unendlichkeit. Auch eine schöne Fee. Dann haben wir, uh, auch eine gute Karte. Gibt es, glaube ich, auch als Collector-Rares. Albtraum-Ritter-Phoenix. Also ihr merkt schon, diese Albtraum-Ritter sind so mit ein bisschen die teuersten. Auch eine gute Rare. Und, uh, eine Super-Rare. Und zwar Live-Zwillings-Start-Seite. Also irgendwie feiere ich diese YouTube-Kanäle sozusagen von Evil-Zwillingen. Finde ich eine schöne, schöne Super-Rare. Nehme ich. Hat mir auch nicht gezogen. Ist ein solider Pool. Stellen wir auch hinten hin. Wir haben noch zwei Booster-Packs. Einmal die Zwillinge. Und, lol, jetzt sehe ich sie erst. Haben wir gerade den... Wir haben den... Oh Gott, ne, haben wir den gezogen? Ja, hey. Oh, wir haben schon zwei Booster-Artwork-Karten gezogen. Lol. Okay, wir nehmen die Zwillinge. Oh mein Gott. Zwei Booster-Packs noch. Äh. Ah, es ist immer so wenig. Natürlich würde man gern jetzt zum Beispiel auch 100 Booster-Packs öffnen. Da, von diesem Set, ne. Um die Collector-Rares zu ziehen. Weil es ein schönes Gefühl ist. Und es eine ganz andere Sache ist, als die zu kaufen. Aber es lohnt sich leider nicht, ne. Magistus-Beschwörung. Nochmal unser Hexer. Gamma. Uh, auch schön. Der Drache verfolgt mich. Ich habe ihn, glaube ich, zu sehr gelobt, dass er schön aussieht. Nochmal der Phönix. Aber auch sehr schön. Der Cyber-Engel und ne Super-Rare Trismagistus. Trismagistus. Die Namen immer in Yu-Gi-Oh. Nehme ich mit. Super-Rare. Nehme ich mit. Aber so, okay. Wir haben jetzt immer sechs Rares und ne Super-Rare garantiert. Falls ihr es wissen wollt. Wir haben natürlich die deutsche Erstauflage. Ne. Ich liebe First Edition. Und ich hasse es, dass es Pokémon nicht mehr macht. Und, Leute. Last Pack Magic. Können wir noch was ziehen? Oder sagt der Pack-Gott, ey, du hast schon solide, teure Karten gezogen. Es reicht. Buch des Gesetzes. Nochmal die Drüthron. Dieser Name. Nochmal die Albtraum-Ritter. Wie gesagt, alle Albtraum-Ritter. Solide Puls. Scheint ein gutes Deck zu sein. Ich spiele derzeit kein Yu-Gi-Oh. Also kann ich es nicht sagen. Aber es scheint solid zu sein. Teurek. Okay. Nochmal der Live-Zwillingskanal. Und ich glaube, die letzte Karte ist... Oh mein Gott. Wie viele gibt es denn davon? Hey. Irgendwie finde ich die aber cool. Noch eine Super-Rare. Und zwar die Live-Zwillinge Key-Style. Hey. Irgendwie. Jetzt mal Real Talk aus der Zentrale. Ähm. Irgendwie. Finde ich die Zwillinge gar nicht mal so bad, ne? Wir haben jetzt hier zwei Super-Rares gezogen. Mit diesem, ja, diesem komischen Art-Style. Ich finde die echt nicht schlecht. Leute, haut mir in die Kommentare. Was sagt ihr zu den Live-Zwillingen? Ich finde die echt solide. Ähm. Auch die Ultra-Rare hier natürlich mega, mega schön. Ähm. Dann natürlich, wie gesagt, die Albtraum-Ritter. Sind das die teuersten Karten aus dem Set. Also sehr, sehr spielbar. Anscheinend auch da gehen wir mal eure Meinung in die Kommentare. Und dann haben wir natürlich auch noch gezogen. Unseren Booster-Artwork. Die Maschine. Auch sehr teure, schöne Karte. Und für mich das Highlight auch noch dazu. Das wird die Super-Rare. Es ist zwar nur eine Super-Rare. Aber für mich ein schöner Drache. Und auch das Booster-Artwork. Also Leute, ich glaube, ich kann mich aus sieben Random-Packs null beschwören. Wir haben solide gezogen. Wir haben gute, toere Karten rausgezogen. Wie gesagt, viel, viel teurere gibt es da leider nicht. An der Ultra-Rare-Front. Und Collector-Rares, wie gesagt, die zu ziehen, ist sehr schwer. Und es lohnt sich nicht, ein Display zu öffnen. Kauft ihr die Karten einzeln, wenn ihr Bock drauf habt. Kauft euch vielleicht auch ein paar Booster-Packs, um sie für euch später mal zurückzulegen. Vielleicht wollt ihr mal in zwei Jahren oder so diese Booster-Packs öffnen. Dann solltet ihr sie natürlich jetzt kaufen und nicht später. Ein grundsolides Set, leider nicht der Wert vorhanden, den die Karten haben sollten, meiner Meinung nach. Denn Collector-Rares sollten meiner Meinung nach schon einen teureren Wert haben. Aber so ist es nun mal. Nicht immer kann es so laufen. Trotzdem schöne Karten. Gerne eure Meinung, wie gesagt, in die Kommentare. Abonnieren, um mich zu überpassen, Leute. Sehen uns dann gerne wieder im nächsten Yu-Gi-Oh! Opening. Pokémon, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! Ah, Digimon, was auch immer. Haut hart rein. Videos jetzt auf der Endcard. Viel Spaß damit. Und ciao. Musik